Hallo, guten Tag! Heute sprechen wir über die Familie. Familie ist ganz wichtig für uns in einer täglichen Konversation. Weil, ja, das muss man sagen. Aber auf Chinesisch gibt es immer einen großen Unterschied. Das ist, so, für den Teil unserer Mutter und für den Teil unseres Vaters sind die Ausdrücke gar nicht gleich. Ist gar nicht gleich. Das ist total anders. Und das muss man eine sehr, sehr gute Erinnerung. Und wie sagt man? So, wir sagen zuerst, ähm, so, die Eltern unseres Vaters. So, das heißt, der Opa ist Jeje. Jeje. Und die Opa ist Mama. Mama. Und der Opa, so, der Vater der Mutter ist Gong Gong. Und dann, die Opa ist Popo. Popo. So, eine Wiederholung. So, hier ist Jeje. Jeje. Mama. Mama. Gong Gong. Gong Gong. Popo. Popo. Und, ja, so wie auf Deutsch sagt man auch manchmal auf der Straße. Also, so, die, die, die Eltern, die wir nicht kennen, auch Opa und Oma. Und auf Kantonesisch sagt man auch, so, nicht diese, diese Seite nicht, sondern nur die Rotten. So, Gong Gong Popo. Gong Gong Popo. So, das ist auch die Ausdrücke, oder die Vokale. Ja. 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 Vokal. Ja. Wortschatz. So. Und noch, für, das ist auch natürlich wichtig, so, Papa und Mama zu sagen. So, Papa und Mama ist ganz ähnlich mit Kantonesisch. Das heißt hier, Baba, Baba, aber nicht mit Pe, sondern mit Pe. Und hier ist Mama, Mama. Aber das, du kannst auch Papa und Mama sagen. Und das ist auch ganz täuslich und verständlich. Und hier gibt es auch einen Unterschied zwischen, äh, die Junge, die Junge und auch die alten Brüder. Und natürlich auch Schwester. Und später noch gibt es die, äh, die Unterschiede zwischen den, äh, zwischen den alten Onkel und jungen Onkel. So, deswegen gibt es zwei, äh, so, es gibt zwei Mal die Vorstellungen über die Familie. So, hier, so, es gibt es die Brüder, oder Schwester, so, Geschwister. So, die alte Brüder sagt man Gogo, Gogo. Und die Junge sagt man Dai Dai, Dai Dai. Und die Schwester, so sinn die alten Heißtпри. Und dann May-mui, ist Jonge Schwester. So, wiederhom. So, das istProgo, Dai Dai Dai, Zä-재, thę-재. Und dann May-mui. Heute ist ganz ein bisschen kompliziert. Das kann man später wiederholen. Es ist so wie eine Vorstellung. In der Familie oder bei dem Ausdruck einer Familie gibt es immer viele, viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel, zum ersten, sagt man unterschiedlich für die Familie unseres Vaters und auch unserer Mutter. Und dann, es gibt auch den Unterschied zwischen den Alten und auch den Jungen. Zum Beispiel, alten Brüder sind Gogo und jungen Brüder sind Dai Dai. Und später gibt es auch den Unterschied zwischen Onkel und Tanda und so weiter. Aber, so das ist zu kompliziert. Deswegen, das ist für nächstes Mal. So, bis zum nächsten Mal. Bye Bye!